Steinschlag, hä? Das ist eine ganz zunehmende Sache. Ich meine, meine Oma, die hatte mal eine Zeit dafür. Blum, 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 fliegen so flieh. Nur einzelner Leute, nicht alle. Und ihr wird Meister? Hier, Magda. Tu mir mal den Gefallen und ruf mal bei der Lotharfs an. Komm, Bärma für mich. Habt ihr geischt? Blut alt? So ne blöde Alte ist man mit Lichtgeschwindigkeit in meinen VWT-3-Supersternenzerstörer gefahren. Und? Und jetzt brauche ich. Ein neuer Tacho für das Ding. Moment. Peter? Ja, ja? Für einen VWT-3-Tacho. Ja, haben wir da. Haben wir da? Das ist gut. Aber was kostet dann so'n Quatsch? Einen Moment. Kostet? Guck, guck. Der wird klein oder was? Wir sind immer noch beim Tacho für den T3. Hallo. Der Tacho für den T3 kostet so 20,25 Euro. Komplette Einheit. So 20,25 Euro ist die komplette Einheit. Oh, das ist teuer. Da guck ich mal. Bye, bye. Tschüss und danke, Jungen. Bitte. Tschö. Der Chef ist in der Leitung. Der hat keine Gesichtgruppe. Hä? Was will der denn? Der Bierkopf hab ich doch mein WhatsApp blockiert. Starglas. Ähm. 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 Erstmal jo durchwischen. Äh. Äh. Hau mal. Hau mal an. Nee. Ach, meine Nase. Räule net rum. Starglas reparieren. Starglas räumt auf. Oh. Ach, bimst mich in der Radung. Bimst mich, schnuck. Na, wo kommst du mal her, du Budde? Abonniert die Kacke. Abonniert die Kacke.